Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Im Jahr 1981 entfesselte Sam Raimi mit seinem Low-Budget-Horror-Klassiker das Grauen und lehrte uns eindringlich, lesen ist böse. Nun kommt der fünfte Teil der Evil-Dead-Reihe ins Kino und herzlich willkommen zur Besprechung von Evil-Dead-Rise. Tja, ich hab wieder mal nur den Trailer gesehen, aber ob mein geschätzter Kollege, der Stu... Eure Seelen gehören mir. Entschuldigung, hallo zusammen. Nur noch Mal- und Bilderbücher angefasst hat, verrät er uns jetzt. Ja, mich hat der Trailer zu Evil-Dead-Rise ziemlich verstört. Vielen Dank auch ans Trailerama. Unserem Reaction-Format Folge 5 darf man gerne nachverfolgen. Aber hier geht es natürlich nicht um mich, sondern der Kollege darf sagen, was er denn so generell von dem Evil-Dead-Franchise hält. Ich mag das Evil-Dead-Franchise sehr. Ich bin nicht so der ultimative Horror-Fan, nicht so wie du, aber ich mag vor allem, dass diese Filme sehr kreativ sind, was ihre Perspektive angeht, dass sie sehr schön die Absurdität des Grauens mit Humor verbinden und dass auch jeder Evil-Dead-Film so was Eigenes hat. Also du hast den ersten Teil, der schon ein bisschen Humor besitzt, aber schon sehr grunzig, sage ich mal, daherkommt. Du hast den zweiten, der quasi ein Remake oder fast schon eine Parodie des ersten ist. Dann hast du Army of Darkness, der ist einfach nur ein großes Fantasy-Abenteuer mit viel Humor. Und dann hast du den 2013er Evil-Dead von Peter Alvarez. Und der ist halt atmosphärisch ein richtiges Brett und hat natürlich Gewaltszenen, die ich immer noch sensationell gut finde, aber auch deswegen so gut finde, weil ich sie so wirklich unangenehm finde. Ja, das stimmt. Ich fand auch, dass es ein sehr gutes, ob man es jetzt als Reboot oder Sequel oder sonst was ansieht, es hat Atmosphäre gehabt, es hat das Grauen echt super vermittelt. Wir hatten wieder die obligatorische Waldhütte und wirklich sehr viele schmerzhafte Szenen, die mir auch heute noch wirklich im Gedächtnis geblieben sind. Gut, dann kommen wir doch mal zu dem Neuen. Um was geht's denn? Es geht um Beth und Ellie, das sind Geschwister. Während Beth als Gitarrentechnikerin arbeitet, ist Ellie mittlerweile eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern, die in einem ziemlich heruntergekommenen Apartmentkomplex in Los Angeles wohnt. Beth kommt eines Tages zu Besuch. Eigentlich, weil sie Rat bei ihrer Schwester sucht, denn Beth hat gerade erfahren, dass sie schwanger ist. Und dann passiert etwas, nämlich ein Erdbeben. Und dieses Erdbeben macht etwas auf, eine Art Tresorraum. Und dort findet man ein paar Platten und ein seltsames Buch, das sich erst dann öffnet, als beim Öffnungsversuch ein paar Blutstropfen auf den Einwand tropfen. Und ja, der geneigte Evil Dead-Fan wird wissen, was jetzt passiert. Alle anderen, ja, es wird blutig, es wird chaotisch und es wird blutig. Das klingt nach einer tollen Zusammenfassung. Vielen Dank. Sie war auch super. Ich geb mir auch 10 von 10. Mindestens, mindestens. Also baut Rise auf dem letzten Film auf, gibt es da eine Verbindung oder ist es auch wieder so ein Standalone im Grunde genommen? Es gibt natürlich, wie bei allen Franchises, irgendwelche Verbindungen. Es gibt hier und da ein paar kleine Gags, sag ich mal. Also zum Beispiel wird sich Pizza geholt und auf dem Pizzakarton steht halt Henriette, das ist Pizza. Und da weiß man schon, okay, was gemeint ist. Aber ich würde diesen Film tatsächlich wie den 2013er auch als Standalone-Werk bezeichnen. Er setzt ein paar Sachen voraus. Das heißt, man sollte schon wissen, was das Necronomicon ist und wozu es fähig ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt sitzt und absolut nichts versteht, wenn man keinen einzigen Evil Dead-Film davor gesehen hat. Ah, okay. Ja, viele hatten eigentlich gehofft, dass ja Alvarez nach dem 2013er-Teil relativ zackig die Regie übernimmt und eine Fortsetzung liefert. Hat er nicht geschafft aufgrund seines, glaube ich, seines Don't Breathe-Projektes und wohl auch diverser Unstimmigkeiten. Ja, jetzt haben wir einen anderen Regisseur und zwar Lee Cronin, der das Necronomicon übernommen hat. Ich muss sagen, ich kenne keinen einzigen seiner Filme. Wie macht er sich? Also Lee Cronin hat 2019 den irischen Horrorfilm The Hole in the Ground umgesetzt, der ganz nett ist, ganz gut. Wenn man sich den Hole in the Ground anguckt, kann man schon verstehen, warum er genommen worden ist, weil der Hole in the Ground hat auch so dieses Waldsetting. Allerdings trennt sich ja Evil Dead-Wise größtenteils davon. Es gibt, das kann ich verraten, es gibt eine Einleitung, eine sehr schöne Einleitung. Da ist halt auch, da gibt es alles, was man braucht. Da gibt es Wald, da gibt es Hütte, da gibt es Blut. Aber danach wechselt er halt in dieses, ich nenne es mal in dieses urbane Setting. Und obwohl der Hole in the Ground, gerade was die Gewalt angeht, eher sehr dezent ist, geht er hier all in. Und ich finde, man merkt aber wirklich, dass der Mann zum einen, dass er Horror kann und vor allem, dass ihm das Evil Dead-Franchise auch was bedeutet. Denn es ist natürlich gespickt mit Anspielungen. Allerdings, das muss ich eben auch geben, diese Anspielungen sind selten Plattitüden. Ich finde, die sind schon, entweder sind sie sehr gewitzt eingesetzt oder sie sind so im Hintergrund gesetzt, dass man wirklich nur als Hardcore-Fan erst mal bemerkt, was damit gemeint ist. Ich zum Beispiel habe ein paar erkannt. Es gibt eine sehr deutliche Referenz an den zweiten Evil Dead. Da kann ich jetzt nicht genau darauf eingehen, weil das wäre ein harter Spoiler. Ich sage nur Auge. Aber insgesamt finde ich, macht er das wirklich gut. Denn, ich habe nichts gegen brutale Horrorfilme, aber ganz oft ist es so, dass für mich diesen Film etwas fehlt, nämlich Atmosphäre. Und auch wenn der Evil Dead-Rice atmosphärisch nicht ranreicht an den Alvarez, ist er atmosphärisch denn noch ein verdammt starkes Stück Kino. Okay, das hört sich ja schon mal gut an. Alissa Sutherland, die Ellie spielt, und Lily Sullivan, die die Beth darstellt. Da die beiden Schwestern ja der Hauptkern des Films anscheinend sind, was ich soweit gelesen habe. Wie machen die sich und der Rest vom Cast? Kommt es glaubwürdig rüber, dass man Sympathie aufbaut und mitfiebert und mitleidet? Ja, also das auf jeden Fall. Ich habe wirklich mit den Figuren mitgelitten. Die sind natürlich Schablonenfiguren, da muss man uns nichts vormachen. Der Film geht auch nur 96 Minuten, was ich aber auch begrüße. Der ist auch kein Stück fett zu viel dran. Der geht sehr schnell los, der hat wenig Leerlauf, der nutzt wirklich alle seine Sekunden, die er hat, aus. Und die Lily Sullivan ist ein, ich nenne es mal, gutes Final Girl. Es ist tatsächlich ein sehr weiblich geprägter Evil Dead. Normalerweise ist ja Evil Dead vor allem dadurch bekannt, dass das Final Girl mit einem Final Boy damals ausgetauscht wurde, Bruce Campbell. Der wahre Star des Films ist aber Alissa Sutherland, die ich zuvor nur kannte, weil sie eine größere Rolle in Vikings hatte. Und die arme Frau halt eben in Evil Dead Rise jetzt eben halt diejenige ist, die vom Necromonicon besessen wird. Und wir wissen, wie das endet. Und ich fand ja schon Jane Levy in Evil Dead 2013 toll. Die hat ja schon da einiges durchgemacht. Aber ich muss sagen, das, was Alissa Sutherland ja abliefert, und gerade wenn man sich klar macht, dass hier wirklich relativ wenig mit CGI-Effekten gearbeitet wurde, Chapeau, das muss wirklich ein harter Dreh gewesen sein. Also sie macht echt einiges mit. Und das kann ich auch sagen, man merkt auch irgendwie, dass die auch hinter der Kamera und auch vielleicht vor der Kamera auch ihren Spaß damit hatten. Okay. Du hast es ja schon angesprochen, den Location-Wechsel, den es gibt, tut er dem Necronomicon gut? Oder ist es eher so, dass du denkst, naja, man hätte vielleicht das alte Szenario Waldhütte doch behalten sollen? Oder eröffnet das jetzt dem Ganzen neue Möglichkeiten, die Sau rauszulassen? Teils, teils. Zum einen, finde ich, tut es dem Ganzen mal ganz gut, aus dieser Waldhütte rauszukommen. Auf der anderen Seite ist das Setting aber so begrenzt auf diese Etage, auf diese Apartment-Etage und vor allem auf die Wohnung von Beth und Ellie, dass du jetzt, dass ich nicht sagen kann, die machen jetzt wirklich viel daraus. Ich finde, sie machen das, was sie machen, gut. Da wäre natürlich noch viel mehr drin gewesen. Es wurde ja im Vorfeld, als ankündigt worden ist, so ein Stadtsetting, dass alle schon gedacht haben, oh, jetzt geht das Nekromonikon da irgendwie durch Beverly Hills und wir sehen irgendwie total epische Szenen. Das wirst du hier nicht haben. Das spielt wirklich zu 80 Prozent in der Wohnung und die restlichen 20 Prozent sind einmal halt Prolog Waldhütte und 10 Prozent noch auf dem Flur. Das war's. Also da sollte man nicht zu viel erwarten, aber ich finde, sie machen es trotzdem, also sie versuchen, aus der Möglichkeit, die sie haben, schöpfen sie wirklich sehr viel raus. Okay, das hört sich ja fast an wie ein Horror-Kammerspiel. Wobei, in den anderen ist es ja auch nicht wirklich weitreichend, sondern das ist ja nur Wald und Hütte. Ja, genau. Also du hast, glaube ich, als Ausreißer hier Army of Darkness, der ja auch irgendwie auch so ein bisschen raussteht, wie ich finde, weil der halt mehr wirklich Fantasy ist als Horror und halt eben die Ash vs. Evil Dead ja hast du auch noch, aber ansonsten, wenn es so um die, um das reinrastige Evil Dead-Franchise geht, dann ist das immer sehr kammerspielartig, oder? Deswegen dachte ich gerade eben, naja, es wäre halt doch toll gewesen, doch vielleicht mal eine größere, ein größeres Areal zu infizieren, aber ja, es stimmt. Ich glaube auch, dann geht relativ viel Atmosphäre flöten, wenn du da, was weiß ich, tausende von Dämonen, besessenen Leuten hast, die da durch die Gegend rennen. Und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es gibt in dieser Etage, in der das spielt, natürlich auch Nachbarn, die werden auch so halbherzig halt so aufgebaut oder vorgestellt, aber da ist auch relativ klar, das ist halt einfach nur Futter, ne? Und man merkt auch relativ schnell, welche Figuren wirklich zentral sind und welche Figuren wirklich wichtig sind und ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich hatte vergessen, wie rigoros das Franchise ist mit den Figuren. Es gibt ja so eine goldene Regel, die man nicht brechen sollte, vor allem auch in Horrorfilmen nicht und das ist dem Film aber ziemlich egal. Ich sage nur so viele Kinder. Äh, okay. Evil Dead 2013 hatte ja schon einen Mega-Verbrauch an Kunstblut 2500 Liter, glaube ich, etwa. Jetzt haben sie groß gekündigt, ja, bei uns sind es 6500. Ich habe schon gedacht, aber okay, gut, dieses Finale, was es 2013 gab, das war so überzeichnet von dieser roten Suppe. wie verhält sich's in Rise und die Frage, du hast schon gesagt, es wäre eine tolle Atmosphäre, aber ist er auch spannend? Er ist spannend, definitiv, er ist natürlich sehr Jumpscare-lastig, aber das gehört auch zur Reihe hinzu, vor allem, weil ich finde, dass sie ein paar Jumpscares auch ganz gut vorbereiten und was den Blutverbrauch angeht, es ist halt so ein bisschen wie auch im 2013er, da fließt schon viel Blut und im Finale finden sie halt eben einen Weg, dann ganz viel Blut zu zeigen, weil, seien wir ehrlich, ich glaube, dieser Blutverbrauch im 2013er kam halt einfach dadurch, du hast es schon gesagt, weil es eben der Kunstblut regnet und es regnet jetzt keinem Kunstblut in Evil Dead Rise, aber sie haben einen Weg gefunden, einfach mal die Hauptdarsteller komplett wirklich bis zum, ja, bis zum Stirn in die rote Pampe zu stellen, sieht toll aus, ist atmosphärisch stark und die Gewalt an sich ist, sie ist halt, der ist halt brutal, der hat seine 18er-Frage aber nicht zu Unrecht, ich finde, dass der 2013er noch einen Ticken brutaler einfach ist, aber, und wer den Trailer gesehen hat, weiß, es gibt da eine Szene, wo eine Käsereihe drin vorkommt, ich will nicht zu viel, also, was soll ich zu viel verraten, tatsächlich, das, was man im Trailer zeigt, das wird ein bisschen fortgeführt, aber er wartet nicht, dass diese Käsereibe danach noch irgendwie groß zum Einsatz kommt, aber sie finden wirklich viele Mittel und Wege, diese, so diese Gewaltmomente einzufangen, wo man sich denkt, das ist ja, das ist so absurd, man kann es nicht ernst nehmen, aber es ist auch irgendwie unangenehm, weil so einen Ticken kann man sich schon vorstellen und deswegen sind halt so Szenen, wie zum Beispiel was mit der Käsereibe oder Glasessen schon sehr, sehr heftig, sie finden aber noch andere Mittel und Wege und am Ende finden sie natürlich auch Wege, damit es komplett, kompletter Exzess wird. Juhu! Juhu! Ganz ehrlich, sie könnten jetzt machen, was sie wollten, sie könnten jetzt auch wieder ein Evil Dead Rise 2 machen, sie könnten ein Evil Dead, wie immer, Subtitel jetzt hier Einfügen machen, da ist das Franchise relativ frei, ne, man braucht halt nur das Necronomicon und du weißt halt einfach, beim Evil Dead Franchise ist es so, du kriegst das Necronomicon oder das Böse nicht besiegt, dementsprechend, selbst wenn eine Figur überleben sollte, weißt du nicht, ob es das war, das kann eben alles, kann weitergehen, wie sie wollen, von daher, ja, ich meine, der Film wird nicht so viel gekostet haben, er sollte ursprünglich für H4 Max entstehen, das muss ich auch sagen, er sieht wirklich verdammt gut aus, der sieht nicht aus wie ein Streamingfilm, der kam auf der großen Leinwand auch richtig gut und der Sound war auch teilweise richtig geil, also wenn diese Beschwörungsformeln da durch die, durch den Erdach gebolzt werden, das kam richtig gut, das war auch so Gänsehautmoment, wenn dann dieses Klato, das war schon, ach, schön, aber ich würde, ich würde nichts zwingend jetzt darauf hoffen, dass sie Evil Dead Rise fortsetzen, sie werden aber garantiert einen neuen Evil Dead Film machen, das glaube ich schon und ich muss auch sagen, irgendwie ist es ganz angenehm, so nach zehn Jahren wie ein Evil Dead Film, es hat ja irgendwie was, ich weiß nicht, ich habe ja auch, weil auch niemand, glaube ich, mehr so richtig eine Fortsetzung erwartet hat, oder? Nee, ich dachte auch, nachdem Alvarez ausgestiegen ist, dachte ich, naja, irgendwie scheiße wird es bestimmt nicht, aber eine direkte Fortsetzung, ja, brauchst du eigentlich auch nicht, ich meine, die sind da wirklich relativ frei, da hast du schon recht und ich finde auch den Tonus jetzt, natürlich ist zehn Jahre schon eine lange Zeit, aber du wirst dann auch halt nicht so wie bei anderen Franchises jedes Mal überrollt und irgendwann übersättigt, sondern da freust du dich einfach wieder drauf. Genau, das ist auch das Positive von diesem Film, praktisch in 96 Minuten und der, der verfliegt auch so, ne, da ist es, der will auch nicht episch sein oder so, das ist einfach so ein ganz simpler, aber effektiver Genrefilm, der unglaublich gut umgesetzt ist, gut gespielt, gut inszeniert, hat eine tolle Stimmung, hat seine wirklich Ausbrüche, gerade was die Gewalt angeht, aber es ist alles so, dass der Film nicht mehr will, der will einfach nur dieser kleine Genresnack sein, der auch irgendwie Freude hat an diesem Exzess, Freude hat einfach nicht mehr zu sein und auch nicht mehr beweisen zu müssen, als zu zeigen, guck mal, ich bin atmosphärischer, stimmungsvoller Horrorfilm und 96 Minuten später bin ich auch wieder vorbei. Das klingt super, das ist genau das, was ich haben will. Ich weiß doch, was sich glücklich macht. Ja, vielen Dank, wenigstens eine. Meine Fragen sind mir jetzt auch schon ausgegangen. Hast du noch irgendwas anzumerken? Zwei Sachen, die ich wirklich toll fand, die haben beide mit dem Prolog zu tun. Zum einen fängt der Film mit einem richtig guten Gag an, also einem richtig schönen Gag, wie ich finde. Und zum zweiten, die Enthüllung des Titelschriftzugs ist einfach noch geil. Das ist richtig geil. Also ich hab ja gesagt, der Film ist nicht episch, außer dass, die Logo-Entüllung von Evil Dead Rise ist mega geil. Also das war, da saß ich wirklich im Kino und dachte mir so, oh ja Mann, oh ja, ich bin so bereit jetzt, ich bin so bereit jetzt, ja. Und auch wenn Evil Dead Rise vielleicht nicht in die Höhen aufschwingen wird, wie halt die ersten Evil Dead, aber das kann er auch gar nicht, war ich selbst wirklich sehr angetan davon, hatte wirklich eine Menge Spaß mit dem Film und bin auch am Überlegen, den zum Kinostart am 27. April, by the way, mein Geburtstag, mir nochmal anzugucken, weil ich wirklich Spaß hatte. Aber hier auch die Warnung, Leute, wenn ihr mit Brutalität nichts anfangen könnt, nicht euer Film. Ihr habt's gehört. Also, rennt in die Kinos, spielt die Platten rückwärts, lest euren Kindern Horror-Stories vor, alles ist im Rahmen. Dann, sag ich schon mal, vielen herzlichen Dank und verabschiede mich. Ciao, ciao. Tschüss. Uns gibt's auf Spotify, YouTube, Podcaster, allen gängigen Hörplattformen zieht's euch rein. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.